ein wenigstens wir nehmen heute noch ein bisschen mehr denke ich auf keine ahnung ich werde dann auf jeden fall noch ein paar time machen mit dem haus ja was hier rum steht und da wird doch die ein oder andere dazukommen so ich guck mal ob die knallköpfe da unten wieder frei sind zum traden der kratten bei den du wirst wahrscheinlich kein kratz weg traden nur kohle und eisen schon ist der eine wieder dicht dort das machten der an macht da gibt er das an break das dritte was machst du nichts was brauchen wir so komisch aus er ist die bahnstrecker ja ja ich bin hier unten bei dem der freisdach und meint jetzt also ich bin noch hier also fest wenn überhaupt hin oder ja ja da kommt mir auch nicht ein bisschen kratzer schrägen er hat zehn bis sechs und vier und 46 ich will aber nicht wissen was wenn das dann kommt was der alles noch an kratzen was man braucht warum das denn der ist ein automatisierungsbrief ja wofür braucht man dafür quatsch muss ich ihn fragen das erste was er gefordert hat kann ich dann nicht auch für quatsch ohne das kann er nicht bauen also die einzigen sachen wofür man quatsch braucht sind observer also beobachter und comparator und comparator habe ich mir noch nicht wirklich den sinn davon verstanden dann vielleicht für observer oder comparator und wer hat irgendeine idee oder was man damit macht kann ja auch sein erstmal 18 level nur bei den villager gerade gemacht das heißt wenn ich mir jetzt noch die aus meiner kiste und habe ich muss sich 25 haben aber ich habe gerade 29 level aus der ausmeldung geholt naja es geht jetzt um die extra herzen so co2 ist immer noch unter fährst du gerade zur stadt oder kommt ja ich glaube ich bin aber jeden moment da ich sehe schon einen aufzug wow die lore fährt einfach neben der schiene du fährst gerade auf dieser seite ja mache ich häufiger das ist eine anzeigefehler ja sieht gut aus aus das ist so ein drittel fertig also da kommt noch ein bisschen was kann ich aber ich brauche vor allem acht armböße ich glaube zwei stacks labes blöcke noch wobei da kann ich auch redstone verbauen da habe ich mehr als genug neben redstone da kann ich dir auch noch was geben warum haben wir einen iron golem hier unten jetzt dann ist der gerade eben gespawnt weil wo ich gerade drinnen war war keiner drinnen ja der wird jetzt eben gerastet ja der wird jetzt eben gerastet so 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 lange du nur ihn gerastet ist ja alles gut ist ja erstmal nur 18.30 daco du könntest dich dann mal hier im minschacht vielleicht dran setzen dass gewisse streckenabteile doppelschienen sind dass man auch hin und zurück gleichzeitig fahren kann der stärkere gewinnt bin immer ich nein ja doch stimmt einmal hast du mich zurück geschoben sonst hab ich immer gewinnen ja ich frage mich nur warum ich weiß es doch auch nicht egal von welcher seite ich komme egal wie schnell ich fahre also ich werde mir jetzt ab sofort einen bogen einpacken und immer wenn du mir entgegen kommst schieße ich dich ab dann schieße ich zurück so schnell kannst du gar nicht reagieren dann bin ich schon hier vorbei gesaust außerdem brauchen wir hier unten ja noch power rails hier sind ja nur ein paar gesetzt dass wir mal ein bisschen schneller hin und her fahren können ich glaube das haben sie auch gedrosselt früher war ja je mehr power rails desto schneller mittlerweile ist das nicht mehr der fall testen eigentlich ja immer noch für blue ice und äh boter na wenn du eis hast dann brauchst du bloß den gang der 2 hoch ist äh nehmen und dann springt sprints dadurch blue ice mit booten ja ja dann geht's an eis mit booten dann bist du in der sekunde drüben wenn du hast wenn du hast wenn du pech hast wachst du dich in also katapultierst du dich in ne wand rein weil du in die kurve gehen möchtest unbreaking das das ich vergess jedes mal hier rüber geht grad die bücher Das, das, ähm, dann kommt da rein. Die kommen mit. Vier Stacks müssen ausreichen. Was hab ich gesagt? Acht Ambusse brauche ich. Für? Fürs Dach dann. Acht Ambusse auf dem Dach. Lass, lass, nee, nee. Lass dich einfach überraschen, Darko. Jetzt nicht rein hier. Dach, was ist mit unserem Sugarcane? Ich war nicht da, ich hab's jetzt einmal abgeerntet. Also ich habe gerade ein bisschen was im Inventar. Ne, wir wollten hier drüben mal Paper. Ja, entspann dich, ich komm ja. Ach, das so. Und falls mir jemand entgegenfährt, dann wird ja wissen, wer von uns gewinnt. Ähm, Koli hier rein. Wieso ist da eine herrenlose Lore? Wo? Und vor mir. Keine Ahnung. Aber ich lass auch nicht. Ich hab dir jetzt eingesammelt. So, zwei, vier, sechs extra Herzen mittlerweile. Bin ich auch bei? Ne, ich bin bei sieben. Also, zurzeit, 35 Level irgendwo. Ja. Oh Gott, also wahrscheinlich, wenn ich meine Level, die ich jetzt gerade durchs Trading bekommen hab, abgegeben hab, bin ich bei 40. 21 Level braucht das und auf Power 5. Leck mich fett. Und 19 mit Punch. Leider, was willst'n du von mir? Ah, ich will sich nen Bogen machen. Ich werde jetzt erstmal warten, bis ich Level 50 bin und dann kann ich alles vertraden. Was hatte ich gesagt? 21 und 18. 24 und 19. 21 und 18, 40. Also ungefähr 45, wenn ich brauch. Ach so. Ach so, hier kann ich bei mir gleich noch Sand durchbrennen. So, wo ist denn der? Ach, der ist noch erst. Stuttgart. Ja, aber ich bist ja nicht weiter trading konnte. Oh, ich hab für alle Stufen was dabei. So. So wenig Papier wie möglich verschwenden. So. Hab ich hier noch irgendwas? Nee. Thorns 1. Aber der will jetzt Bücher haben. Thorns 1? Schau mal, etwas geiles. Ja, das stimmt. Da könnte man ein bisschen Bücher weg, der Trailer. Vielleicht hab ich mir von Bookchefs gekauft, weil ich dachte, ich könnte Bookchefs bei denen verkaufen. Ach ja, Books bei denen verkaufen. So. Ich mach das eben grad hier. Was will denn der für Thorns 1? Äh, 13. Ja, und für 36 will der ein Curse of Vanishing. Könntest du bitte rinsch gehen? Ich bin noch nicht fertig. Das Curse of Vanishing ist ja erstmal scheißegal. Hauptsache Thorns ist erstmal, wenigstens ansatzweise etwas da. Äh, welchen? Ein Multi-Power war der? Ist das Teil bei dem? Ja, der kann auch. Äh, das ist blöd, das ist blöd. Der will keine Tintensäcke. Dann musstest du mit Büchern weitergehen. Hast du noch Leder dabei zufällig? Nee. Na ja, gut. Muss ich dann woanders machen. Ja, wie viel Emirates hast, kannst du auch einfach Bücherregale kaufen. So. Ich hab jetzt erstmal ein paar Thorns-Bücher gekauft. Ach, komm schon. Schalt den scheiß Quarz-Trade wieder frei. Was für ein Quarz-Trade? Quarz. Achso, Quarz. Das, das und das? Ach, ich hab keine Bücher mehr. Da war ja was. Da war ja was. Da sollte nichts. Was ist denn das? Das, das kann ich wegmachen. Oh, ich sag mal unnötig. Oh, als er gesägt hat, Strafstunde. Da war ja was. So. Da kommt die rein. Da kommt die. Die kann ich dann noch einmal loswerden, glaube ich. Dann kommt das rein. Das ist... Das... ... ... ... ... das ist cute s-c-u-t-e äh ja gut, 3 Emmerits für eine XP-Budel aber unter 1 wird es nie gehen ich glaube man kriegt es aber hoch, dass der mehr da einen gibt mal schauen so, ich fahr jetzt mal zurück naja, der ist jetzt fertig, ich würde den Kanal einsperren der ist noch nicht fertig ja doch ach, hab ich ihn schon fertig? der Cleric ist fertig ach, ich dachte, du redest vom Bibliotheker ne, ich rede von einem Cleric, den ich ja gerade fertig gemacht hab dadurch auf legate ja das ist Und eine Karriere von Embrooing-Land. Neuer Cavalry ist auch eingesperrt. Also kommt mir die Strecke zurück, deutlich schneller vorhin. was ist jetzt passiert nix du bist zum boden gefahren deswegen konnte ich über die schrüber rinnen ich wollte gerade fragen warum konnte ich über dich rüber so das war es mal gucken ob der start jetzt hier ein bisschen schneller ist das ...Deathstrider... Wenn die nächste gibt, ist ein Librarian, ist übrigens ein Deathstrider Buch. Deathstrider war... Dass du unter Wasser schneller bist, glaube ich. Okay. Hast du ihn jetzt hochgetradet bekommen? Ich hab ihn bis dahin hochgetradet, ich hab Glaser untradet. Oh Gott. Mein Rücken, meine Fresse, noch eins. Auf hohe Platz nehmen ich dann auch mal diese super scheiß Trades, wie zum Beispiel einen Emerald für ein bisschen was an Glas. Oh, Gottes Willen. Wer war das denn? Was? Das war nicht ich. Irgendwer hat die ganzen Kühe abgeschlachtet. Was heißt die ganzen? Ja, wirklich alle! Nee, das sind Milliarden von Jungtieren. Ja, aber hä? 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 Was? Wofür brauchen wir 20 Millionen Kühe? Sag mir das mal. Die waren abgestillt, das waren genau 30, damit ich mit 30 Weizen hinkomme und 15 Kühe abschlachten kann. Das war ja eine Lederproduktion, ohne das kommen wir nicht vor. Ja, guck mal in die Kiste, wo ist denn da bitte schön Leder drin? Ja, weil ich es ja immer gleich wieder verarbeite. Was? In deine verzauberten Bücher, die du tradest? Ike, ich mache den ganzen Tag nur was für die Allgemeinheit heute. Den ganzen Tag habe ich nur was gemacht und jetzt bin ich arbeitslos. Jetzt ist er arbeitslos. Ja, arbeitslos bin ich nicht. Ich kann einfach nur nicht weitermachen. Nee, du bist jetzt arbeitslos. Dann sag, okay, dann außer die ganze Zeit bei den Villager abpümmeln. Was ist bei dir, du hast was für die Allgemeinheit getan? Ich höre dein Geheule immer nur, ja, wir brauchen ein Mendingbuch, oh, wir brauchen ein Mendingbuch. Jetzt kümmere ich mich mal endlich um Mendingbücher oder versuche es wenigstens und ich werde trotzdem nur angemeckert. Außerdem, du warst doch dabei, als ich die lange und breite Diskussion mit CO2 schon über die Kühe hatte. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum? Warum macht man das? Und du baust doch da, hier wird eh nichts geladen, was bedeutet, die wachsen ja auch nicht mal. Da muss dort einer bleiben. Wie viele sind das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht, zwölf, daz und dritt. Wo fährst du jetzt eigentlich? Du hast die ja sicherlich für Leder abgeschlagen, weil den Rest hättest du in der Truhe gefunden. Oder? Ja. Und 41 Level. Ja. Ja. Let's do this thing. Ike, können wir uns wenigstens darauf einigen, dass du die Anzahl Kühelkits, die du vermehrst? Weil ich weiß, ich kann dir das nicht beibringen, dass du da jetzt nicht wieder ran sollst. Ist ja auch gar nicht Sinn oder Zweck, das Ganze. Dass da keiner ran soll, aber ist halt kacke jetzt. Bringts nix mehr. Du hast mir die Methode sogar selbst beigebracht, dass man nur die Kühe anpflanzt, die man vermehrt hat. Äh, Schlachter, die man vermehrt hat. Mal gucken. ZL2, wir kommen heute nicht mehr weiter. Nicht schlimm. Ja, der Bibliotheker ist auch so bescheidert, tradet auch nicht. Tinkensäcke trotz seiner Stufe. Ich bin hier jemand schlau. Äh, gleich. Gibt's Deathstrider IV? Weiß das jemand? Was? Geh so? Deathstrider IV? ich glaube das geht nur bis 2 bis 3 geht es auf jeden fall also ich hab nur zwei dann wird es auch vier geben ne es gibt viele sachen die nur bis zu den links gehen jetzt wachsende die scheißviecher ja 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 ja